Hallo, herzlich willkommen zu mir, dem Momo. Und ja, das ist das erste Video auf dem Kanal Momos Welt. Ich stelle mich mal vor. Ich heiße Morris, bin 13 Jahre alt, werde dann im Sommer 14 Jahre alt, genauer am 2. Juli. Ich mag sehr gerne Schokolade, wahrscheinlich viele da draußen, oder? Schreibt es mal in die Kommentare. Mehr von mir werdet ihr in der Beschreibung da unten sehen. Also wenn ihr interessiert seid über mich, dann schaut mal in die Beschreibung rein. Wenn ihr auch ein Intro für mich machen wollt, erstellen und dann auf YouTube tun. Dann mich auf Skype adden und dann, ja, schickt mir das Intro. Dann würde ich mich überein, aber von euch freuen oder auch überein. Daumen nach oben hoch. Ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Momos Weltheim.